Servus liebe Bull of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir haben noch weitere News zum Thema Cross-Faction Play, also dem Zusammenspiel zwischen Allianz und Horde. Wir hatten dazu vorgestern ein Video, wo Blizzard bekannt gegeben hat, dass bald mit Patch 9.2.5 Horde und Allianz zusammenspielen können. Guckt es euch gerne nochmal an, wenn ihr es verpasst habt. Ich verlinke euch das oben in der Infobox oder in diesem kleinen I da. Und jetzt haben wir ein Interview mit der Gaming- oder Multimedia-Website IGN mit Ian Hussicoastas, also letzten Endes dem Game Director von World of Warcraft, dem WoW-Chef, den sie gefragt haben zum Thema Cross-Faction Gameplay. Und da kamen ein paar interessante Sachen zum Tragen. Zum anderen oder unter anderem gilt auch das Thema Cross-Faction Game oder wird dieses Thema hier behandelt. Und dementsprechend, da sind ein paar interessante Punkte dabei. Gucken wir uns alles in diesem Video an. Wenn ihr am Ende sagt, hat mir gefallen, ja cooler Typ und ihr habt noch nicht abonniert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo auf dem Kanal da lasst. Damit helft ihr mir sehr, sehr weiter. Wenn nicht, kein Problem. Es ist eure Entscheidung. Also, wir starten rein. Wer sich das Ganze selber mal durchlesen möchte, ich verlinke euch das wie immer in der Videobeschreibung. Hier haben wir so die wichtigsten Punkte, sagen wir es mal so, kurz zusammengefasst. Und hier ist dann das komplette Video in Textform. Ähm, erste Frage geht in die Richtung, oder die erste Antwort geht so in die Richtung Konflikt zwischen Horde und Allianz. Wo Blizzard hauptsächlich sagt, ähm, dass die Community in der Vergangenheit oft danach gefragt haben. Blizzard hat sich Sachen angeguckt, zu denen sie Nein gesagt haben. Unter anderem dieses Zusammenspiel zwischen Horde und Allianz. Das betont er hier. Und er sagt dazu, ja, normalerweise war es in World of Warcraft halt immer Orks gegen Menschen, Horde gegen Allianz. Das ist, was diese ganze IP, was World of Warcraft ausgemacht hat. Und jetzt sagt er, das ist nicht mehr die Welt, die sie erschaffen möchten. Ähm, dass sich die Geschichte von World of Warcraft in den letzten fast 20 Jahren extrem geändert hat. Und, naja, dementsprechend wollen sie da dran jetzt etwas ändern. Hm, ich weiß nicht, also es ist ein schwieriges Thema. Einige von euch haben ja auch geschrieben, dass sie damit nicht zufrieden sind. Ich habe auch von, weiß ich nicht, bekannteren Spielern gemischtes Feedback gelesen. Overall glaube ich, dass es bei den meisten Leuten gut ankommt, diese Änderung, diese Möglichkeit, dass Horde und Allianz zusammenspielen. Aber ich kann es auch ehrlich verstehen, ähm, dass das manchen nicht gefällt. Oder nicht so gut. Zum Glück ist es ja halbwegs optional. Ich, für mich ist World of Warcraft halt auch Horde gegen Allianz. Und das hat auch nichts mit Sachen wie, weil das einmal geschrieben wurde, Rassismus oder sonst was zu tun. Es ist ein Fantasy-Spiel, was eben darauf aufgebaut wurde. Man kann jetzt sagen, ja, ähm, keine Ahnung, das, nur weil es immer so war, muss es ja auch nicht immer so bleiben. Das sehe ich auch so, ja. Ähm, aber für mich war das ein Fakt. Das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, die hinter den Fraktionen, hinter den Völkern stehen, sondern einfach, ich identifiziere mich mit einer Seite und, weiß ich nicht, Harry Potter wird es ja auch, glaube ich, nicht sagen, weiß ich nicht. Hogwarts arbeitet jetzt mit den Todessern von Voldemort zusammen. Nur weil sie früher Krieg hatten, muss das ja nicht immer so sein. Das fällt mir dazu. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, er sagt dann weiterhin, dass es zu einfach mittlerweile wäre, zu sagen, die Kernidee des Spiels ist nur noch Horde gegen Allianz. Früher in Warcraft 1, Warcraft 2 war das so. Aber dann, sagt er ja auch, von Warcraft 3 aufwärts ging es um Abenteuer, Erkundungen, ähm, aber auch, dass die einzelnen Fraktionen mehr miteinander gemein haben, als sie vielleicht unterschiedlich sind. Und ja, wir hatten es ja schon in der Vergangenheit, dass die Horde und Allianz dann zusammengearbeitet haben. Ich weiß nicht, ich glaube, gegen Archimonde war das der Fall. Ähm, Argus oder jetzt dann auch gegen Sylvanas. Von daher, es gibt schon Anzeichen im Spiel oder auch in den Büchern war ja auch immer, dass, äh, Thrall und Jaina ein ganz gutes Verhältnis zusammen hatten. Bis zu dem Punkt, wo Garros da, ähm, ihre Heimat bombardiert hat. Aber gut, äh, das ist auch wieder ein anderes Thema. Also es kommt von beiden Seiten, kann ich sehen, aber mein Gott. Letzten Endes, was sie dann weiterhin sagen, und das finde ich persönlich gut, weniger Fokus auf dem Krieg zwischen den einzelnen Fraktionen, also zwischen Horde und Allianz. Und da bin ich persönlich froh drum. Das hat nichts mit diesem Cross-Faction-Gameplay für mich zu tun, ähm, sondern eher, weiß nicht, alle Add-ons, die mit diesem Horde- und Allianz-Thema irgendwie aufgemacht haben, pfff, die waren für mich eher unterdurchschnittlich. Also Battle for Azeroth fing ja so an und weiß ich nicht, diese ersten Patches, wo wir Allianz-Angriffe und Horde-Angriffe hatten, das fand ich fürchterlich. Cataclysm ging ja auch eigentlich so los, weiß nicht. Die Add-ons, wo Horde und gegen Allianz im Vordergrund stand, waren für mich tatsächlich die Schwächsten, oder mit die Schwächsten. Und hier werden auch noch Beispiele, weitere Beispiele genannt. Ähm, es gab in World of Warcraft immer mal wieder Geschichten, wo der, jemand von der gegnerischen Fraktion der Feind war. Zum Beispiel jetzt hier Putres aus ICC. Da ist, oder die Horde war nicht der gesamte Feind, sondern Garrosh. Ähm, Horde-Spieler arbeiten nicht mit der Allianz zusammen, sondern mit Brand, Bronze, Bart und so weiter und so fort. Also es gab schon immer mal so Beispiele, wo da zusammengearbeitet wurde, wo es nicht, weiß nicht, wo nicht wirklich nur Horde gegen Allianz. Und, ähm, ja, finde ich okay, wenn man sich da drauf nicht mehr so stützen möchte in Zukunft. Dann haben sie die Frage gestellt, warum gerade jetzt? Ähm, oder warum bringen sie gerade jetzt dieses Thema ins Spiel? Dazu kommt am Samstag ein Blog von mir, worin ich erkläre aus meiner Sicht, warum sie es machen. Und das ist Long Story Short, um schon mal zu spoilern, um Shadowlands halbwegs zu retten. Ich glaube nicht, dass er hier die ehrliche Antwort sagt. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an, wenn es euch interessiert, für weitere Erläuterungen diesbezüglich zu mir. Er sagt, der größte Grund, warum das passiert ist, dass die Kommunikation in World of Warcraft sich über die vergangenen 17 Jahre geändert hat. Ähm, früher haben sich die Leute mit ihren Freunden und Communities im Game getroffen und damit mit ihren Fraktionen. Und das hätte sich geändert. Das finde ich, weiß nicht, das gilt heute noch genauso wie früher. Also, keine Ahnung. Meine Freunde und ich haben immer dieselbe Fraktion gespielt. Egal, ob das vor 15 Jahren war oder heute. Da sehe ich jetzt nicht so den großen Punkt. Ähm, it was just kind of one of these rules accepted. If you met a friend and you discover that you play on different servers, oh well, you're never going to get to play with your friend. That's just how WoW is. Also, es war schon immer so, wenn dein Freund auf einem anderen Server gespielt hat, konntest du nicht mit ihm spielen. Na, gut, war halt so. Ähm, diese Grenzen wurden ein Stück weit eingerissen. Naja, auch eher schlecht als recht in meinen Augen. Die zusammengelegten Server sind für mich teilweise eine Katastrophe. Also, das hat die Situation für mich persönlich nicht besser gemacht. Wo man es aber sagen muss, dass du zumindest, weiß nicht, Crossplay in Sachen Raiding, zumindest HC machen kannst. Später Crossrealm Mythic und so weiter. Das stimmt schon. Ähm, aber ja. Das ist zumindest mit den Servern finde ich jetzt nicht so gut gelungen. Aber er sagt, mittlerweile hat man einen Punkt erreicht, wo du einfach an dem Punkt bist, alte Sachen aufweichen zu wollen. Also, nur weil etwas für ein Jahrzehnt so war, muss es nicht immer so sein. Und ja, ich weiß nicht. Das hättest du halt auch genauso nächstes Jahr sagen können oder letztes Jahr. Diese Erklärung, das sagt immer noch nicht, warum genau jetzt. Und ich persönlich glaube halt einfach, dass die Shadowlands mit einer positiven Nachricht oder die von vielen Spielern positiv aufgefasst wird, beenden wollen. Dann zu dem Thema, was wir am Anfang angesprochen haben. Cross-Faction-Gilden. Also, Gilden mit Horde und Allianz. Da sagt er dazu, dass sie das erstmal noch nicht implementieren. Denn er will, oder Blizzard möchte nicht zu radikal bei der Geschichte vorgehen. Und sie wollen erstmal das Spieler-Feedback zu den kommenden Änderungen abwarten. Das heißt, es ist kein Nein, aber sie warten erstmal das Feedback ab. Also, hier sagt er auch, sie wollen nicht alle Regeln aufweichen und so weiter und so fort, um dann zu sagen, oh sorry, das war jetzt ein Fehler, mach mal doch wieder rückgängig. Sondern, sie wollen konservativ sich verhalten, auf die Community hören und warten, wie das Experiment aussieht. In World of Warcraft Classic soll diese Aufweichung nicht erfolgen, aber auch da hören sie sich das Feedback an. Und sie würden ihre Entscheidung überdenken, wenn der Wunsch, das Verlangen der Spieler da ist, dass das auch in Classic so ist. Also ein paar interessante Aussagen insgesamt, die ich nachvollziehen kann. Ich persönlich, diese Cross-Faction-Gilden bräuchte ich nicht. Weil, ich finde es okay, dass du in instanzierten Gebieten miteinander spielen kannst. Also Instanzen, Raids, PvP. In der offenen Welt, selbst wenn du in einer Gruppe bist, wirst du trotzdem feindselig gegenüber sein. Das finde ich auch okay. Weil, weiß nicht, dann müssten sie schon noch mehr tun in Sachen Lore. Dass dann, weiß ich nicht, Horde Chars in Sturmbind als freundlich rumstehen können und umgekehrt. Und ich finde, an dem Punkt sind wir noch nicht da. Wenn es so kommt, dann kommt es halt so. Aber ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen zu tun. Das wäre jetzt für mich vom aktuellen Standpunkt her, weiß nicht, das kannst du nicht einfach so bringen. In meinen Augen. Und das würden ja gildender letzten Endes bedeuten. Aber gut. Schreibt mir eure Meinung zu dem ganzen Thema gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit. Reingehauen.